Deine Dienstzeit ist bald zu Ende? Wir vom TÜV Rheinland helfen dir gerne, deine zivile Karriere erfolgreich zu planen und zu gestalten. Für die zivile Laufbahn bringst du Eigenschaften und Qualifikationen mit, die in der freien Wirtschaft äußerst anerkannt sind. Mit Berufsförderung und Dienstzeitversorgung klappt der Einstieg. Bildung und Beratung sowie Infos, Tipps und Tricks gibt's bei uns. Wenn wir dich mit deinen Qualifikationen und Stärken kennengelernt haben, erstellen wir deinen individuellen Fahrplan zur Umsetzung deiner beruflichen Ziele. Wir qualifizieren dich fachlich und trainieren Schlüsselqualifikationen wie Projekt, Konflikt, Zeit oder Selbstmanagement. Selbstverständlich unterstützen wir dich auch bei der Bewerbung und während der späteren Einarbeitung. Viele deiner Kameraden haben mit uns den Weg von der Bundeswehr in die zivile Wirtschaft geschafft. Sie selbst. Sven Dörr, ehemaliger Kompanietruppführer und Hauptfeldwebel, arbeitet heute als Personaldisponent nach einer Ausbildung beim TÜV Rheinland zum Personaldienstleistungskaufmann. Der ehemalige Hauptmann, Patrick von den Borg, studiert mit dem Ziel Master of Science in Applied Security. Alexander Peter war in seiner Aufgabe als Infanteriegruppenführer oft mit Instandsetzungen betraut. Heute, nach der Weiterbildung beim TÜV Rheinland, arbeitet er als selbstständiger Havariekommissar. Und inzwischen gibt er sein Wissen auch selbst als Trainer weiter. Dies sind nur einige wenige Beispiele. Wir machen dich fit für deine zivilberufliche Karriere, individuell und deutschlandweit, an über 50 Standorten. Die Zeit danach beginnt schon während der Dienstzeit. Lass dich von uns unverbindlich beraten.